So, das war's auch bei Beyond Two Souls und weiter geht's mit der Kondensator. Schau mal, es ist von der Zeit her, kurz nach dieser Party, wir waren auf der Geburtstagsparty, als wir ein wenig Rache verüben mussten an den Leuten, denen das Geschenk nicht gefallen hat und dem Moment, als wir zu CIA gegangen sind. Also, schauen wir doch einfach mal. Hi. Oh, das klingt nicht gut. What? Das sind ja gute Aussichten, wenn keines der Teams zurückgekommen ist, was da reingegangen ist. Weiterfahren. Dann hoffe ich mal, dass es gut geht. Jodie. Wenn du es nicht machen willst, dann sag's. Und wir fahren zurück. Das ist okay. Ich tue es. Ich bin mal gespannt, ob was wir uns da jetzt einlassen, was da auf uns zukommt. Und dann vielleicht auch eine Chance für uns, auch noch ein bisschen zu verstehen, was Aiden eigentlich wirklich ist. Ich folge einfach mal dir. Was ist das? Ich habe gehört, Sie können hier nicht durch. Sie können durch. Wollt gerade sagen, Mann. Entschuldigung. Jetzt habt ihr mich extra aus dem Bett geholt. Lass doch mich bitte auch rein. Wir warten noch auf dem Buffet. Ist das die Kleine? Welche? Die Kleine. Das ist ein Zettroh. Wow. Das ist kein Sinn. Wer ist mir erzügt? Gehen Sie da rein? Oder habt ihr Bienen gezüchtet? Was habt ihr gemacht? Ach du Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Der hat es übel mitgenommen. Okay. Okay. Ich lebe mit einer Existenz, über die ich nichts weiß, schon seit ich geboren bin. Ich schaff das. Keine Sorge. Ich hab nicht vor zu sterben. Was klappt John? Mach dir keine Sorgen. Okay. Ganz nach unten. In die Labors. Okay. Klingt schon mal spaßig. Wollen wir mal schauen, wem oder was wir hier auf unserem Weg begegnen. Wie gesagt, Aiden ist ja an unserer Seite die ganze Zeit. Verständlicherweise hast du Schiss. Ich denke mal, das ist nichts Schlimmes in dem Moment hier. Okay, wo sind wir denn gerade? Wir sind auf G wahrscheinlich. Also müssen wir vier Stockwerke runter. Was für eine Sauerei. Ist das ein Milchkarton da unten? What? Die Existenz haben sogar Hass auf Milch. Was hat der gegen Milch? Die hat euch nichts getan. Super, okay. Dann müssen wir eine Treppe suchen. Oder so. Stimmt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Weil ganz ehrlich, Jody, ich weiß nicht, ob ich dann noch in den Aufzug gehen würde, der gerade festgesteckt wäre. Ach, egal. Was bleibt denn anders übrig? Ja, das weiß ich. Dankeschön. Das weiß ich mittlerweile, dass ich mich nicht nach unten bewegen kann. Ich kann aber auch einfach so nach unten schweben. Macht für dich ein bisschen mehr Sinn. Dann sehe ich nämlich direkt, was vor mir ist. Wo hängst du denn fest? Also sag, wo kann ich die Blockade lösen vielmehr? Wo fest hängst du mir? Ah, da vorne habe ich irgendwas gesehen. Au, natürlich. Und raus mit dir. Sehr gut. Damit müsste... Ja, Alter. Damit müsste der Aufzug wieder hochkommen. Dass wir gleich einsteigen können. Wie ein Geschäftsführer einfach mal hier durch. Komm schon. Mist. Überall Blut, Mann. Das scheint wirklich nicht so... ...nette Existenz zu sein. Habt ihr die ganze Zeit schon drin? Da habe ich gleich gesehen, dass ich mit einem da reingeflogen bin. Wir schauen ihn dir nicht an. Das ist egal. Fahr nach unten, steig wieder aus. Oder auch nicht. Ist die Frage, ist er noch am Leben, der Kollege? Leiten sie das Echo zu Jodie's Kopf, bis sie einen Erinnerungsschub hat? Was? Was ist das Echo zu Jodie's Kopf leiten? Okay. Ah. Okay. Hat er einfach mal einen knallharten Koffer mit dem Gesicht gefangen. Okay. Ich hab jetzt den Tod ein bisschen anders vorgestellt. Aber sehr interessant. Da können wir auf jeden Fall gucken, was wir haben die in den letzten Sekunden gemacht, bevor sie gestorben sind letztendlich. Weiß uns vielleicht auf Gefahren hin, die wir nicht eingehen sollten dann. Habe ich eigentlich einen Hoodie an mit Leuten, die einen Hoodie tragen? Kein Scheiß. Voll Inception. Oh, wunderschön. Okay, was ist mit dir, Kollege, los? Ist das ein SWAT-Typ? Ohoho. Ach du Scheiße. Ähm, ja, nee, umdrehen kann ich jetzt nicht, sorry. Danke für den Pro-Tipp, aber ich muss da rein. Weil wenn ich nicht da reingehe, wer soll da sonst reingehen? Ich denke mal, wie es schon gesagt wurde, also ich bin einer der wenigen, die mit so einer Existenz im Prinzip lebt und deswegen vielleicht eine Chance hat, irgendwie eine Kommunikation herzustellen oder was auch immer. Okay, wir sind auf jeden Fall jetzt im vierten Untergeschoss bei den Labors. What? Was war das denn gerade? Musste das gerade eben so sein? oder war das gerade irgendwie ein Fuck-up? Was sah strange aus? Ach so, Jodie, stemm dich dagegen. Oh! So, dass... So, dass diese... diese anderen Existenzen, die im Prinzip durchs Portal geschritten sind, die jetzt dann hier die Toten übernehmen können. Ist das, was wir gerade sehen? Kann ich mir jetzt mal das vorstellen. Okay, kriegen wir die Tür jetzt auf? Oh, halt, da war was. Da war noch was auf der anderen Seite. Da war noch irgendwie ein Knopf oder so. Auf dem Tresen? Was ist das denn? Okay. Nicht so wirklich. Das ist nicht das, was ich suche. Ah, viel mehr da ist da. Bingo. Sehr gut, Aiden. Wir müssten relativ nah schon dran sein, auf jeden Fall. Okay. Mann, wie sieht dieses Portal denn aus? Das ist irgendwie eine kosmische Tür, die plötzlich im Raum aufgegangen ist. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Bin echt gespannt, wie das aussieht jetzt. Wenn wir es zu sehen bekommen überhaupt. Das ist natürlich die andere Sache. Kann ich vielleicht behilflich sein? Oder Aiden vielmehr? Jawohl, kann er. Bitteschön. Moment solltest du durchkommen. Okay, okay. Nein, wir haben bisher schon gegen Swatner und ähnliches gekämpft, aber und ich schild, das waren eben normale Menschen, die keinerlei Unterstützung von irgendwelchen Existenzen hatten. Und jetzt haben wir ja ja grabt mit dem puren Wesen sozusagen zu tun, wenn du so willst. Vielleicht irgendwas finden, mit dem ich muss ich da lang? Kann Aiden verbrennen? I don't know, wahrscheinlich nicht. Gut, wäre auch bescheuert, wenn er nicht frieren könnte, auch verbrennen könnte. Das würde keinen Sinn machen. Was haben wir denn hier? Achso, das ist einfach nur eine Warnleuchte. Ist irgendwas, was ich... Ha! Ha ha ha! Komm schon. Fang an zu... Okay, das hat jetzt was gebracht, genau. Kann mich da vielleicht an das Ding ran. Wo bin ich denn drin? Warte mal. Hier. Oh, schau mal, die Glasscheibe. War was? Warum nicht? Brauchst du das nicht? Okay. Selber groß, gut, dann schlagst du selber ein, wenn du das brauchst. Ähm. Ah, okay. Nehmen wir doch einfach mal hier die praktische Lösung. mit dem Tisch durchs Fenster. Sehr gut. Dann kommen wir nämlich auch an den Feuerlöscher ran, den ich ja gerade drüber gehauen habe. Wir gucken, dass wir es löschen und dann vielleicht noch tiefer reingehen. Kann ich bei dir vielleicht auch noch so deine letzten Momente übertragen, wie auch immer. Okay, wie genau muss ich das machen? I don't know. Irgendwie so, ja. Autsch! Voll gegen die Wand gerannt. So hart, dass du gestorben bist? Hohoho, okay. Das muss ein heftiger Schlag gewesen sein. Dann machen wir den Weg frei. Ich glaube, da ist auch genug drin, dass wir hier das Feuer ein bisschen eindämmen können. Das hat schon gereicht. Okay. Soll mir recht sein. Ich habe echt nicht vorgehabt, hier runter zu kommen und Feuerwehrmann zu spielen. Ich habe nicht mal so eine coole Schutzausrüstung. Oh fuck, ey. Auch nicht, by the way. Okay. Wo warst du denn dazwischen? War ich nicht gerade in dem Raum da rechts? Hier riecht es ein bisschen streng. Wir sollten gehen. Ich glaube, man kann offiziell sagen, das Experiment war jetzt nicht so erfolgreich, als ich es vielleicht erwartet hätte. Außerdem hat man geplant, dass die komplette Mannschaft hier drauf geht, hier unten. Hast du dich geschnitten? Oh ja. Ich würde fragen, aber könnte ich sowas einfach heilen? Oder ist es jetzt halt einfach Story bedingt, dass sie den Riss da hat? Ich weiß, es ist der Mini-Mini-Riss, aber trotzdem. Nee, geht nicht. Okay. Das mit den Beinen haben wir ja auch schon mal, als wir beim CIA-Training waren, gemacht. Okay, wir kommen der Sache, glaube ich, aber näher. Wir kommen der Sache näher. Oh, da ist noch jemand am Leben. Hey. Nein, nein, bitte geh weg. Geh weg, bitte. Oh Gott, nein, bitte. Ist gut. Ich bin, ich bin Jodie. Ich arbeite mit Professor Dawkins. Sie sind ins Labor eingedrungen. Kreaturen aus der Tiefe. Ich habe mich versteckt. Aber sie sind hier. Ich weiß, sie sind hier. Sie müssen zum Aufzug gehen. Er funktioniert jetzt. Sie kommen damit hier raus. Du bleibst hier? Aber diese Dinger, die Dinger will nicht töten. Ich bin nicht allein. Wir alle treffen den Tod allein. Oh. Oh, dude, what? Beim Stuhl? Goddammit. Ah, super. Nichts zerquetschen, aber egal, bist du bekloppt. Super. Und ja, die Existenzen können die Leute hier übernehmen. What the fuck? Oha. Den interessiert es aber auch gar nicht. Oh fuck, falsche Richtung. Das war nicht gut. Also, die Menschen, die besessen werden von diesen Existenzen, haben definitiv übermenschliche Kräfte danach. Das bedeutet, Verletzungen interessiert sich scheinbar gar nicht. Aber Feuer, okay Ist blöd gelaufen Oh Gott, Schau, den Krieg Krieg, süße Krieg Okay Alter Muss ich ihm erst den Schädel einschlagen, dass er aufhört Das hätte auch anders laufen können Okay, wo müssen wir hin? Es ist halt nicht mehr so arg viel übrig von dem, was es mal war Deswegen Ich glaube, hier waren wir noch nicht Nee, hier waren wir noch nicht Das ist neu Wo krieg ich denn hier die Vertragung? Ah ja, hier, bingo Oh, Jesus Die machen keinen Scheiß Die machen keinen Scheiß, diese Existenzen Also, die interessiert es absolut gar nicht Die töten einfach nur Gut zur Hölle kommen diese Viecher her Also die Dinger, Existenzen, was auch immer Aus was für einem abgefuckten Paralleluniversum Kommen die, wo man sowas als Begrüßung sieht Ja, ich glaube, das ist ein Job für Aiden Äh, nochmal Das reicht noch nicht ganz Eww, bingo Bleib bei mir, okay? Das sollte auf jeden Fall ausreichen, um reinzukommen Welchen Stuhl abhalten? Oder, ich meine, es ist nur ein Stuhl Das ist nicht so die große Gefahr Aber wer weiß nicht, dass sie ins Gesicht fliegt Nein? Okay, ich vertraue dem Stuhl einfach mal Aber dem Tisch nicht wirklich Der ist nur suspekt Geh weg, Tisch Holy Shit Äh Au Oh Gott Shit Oh, shit, 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 shit Welche Richtung hätte ich denn hier drücken müssen? Ich habe doch noch links gedrückt Oh fuck, lass los Vor was wäre ich denn gerade gegriffen von dem Stromkabel? Oh, es ist ein Tentakulo, der Furchtbare hier an der Decke. Jesus Christ. Das sieht so aus, als wenn wir da wären. Wir wollen es durchquetschen vielleicht. Ja, das klappt. Ganz langsam, Jodie. Erstmal reinspickeln, was da drin überhaupt abgeht. Okay, Wissenschaftler im Stil. Nicht nur einer. Das wäre natürlich noch besser. Ich weiß zwar nicht, wie das funktionieren soll mit diesen Existenzen, aber Leute, den Kondensator suchen wir beim nächsten Mal. Hoffen wir mal, dass wir hier ohne Probleme durchkommen. Bis dahin, haut rein. Und dann telefonen. Untertitelung des ZDF, 2020